Percy und das Monster von Brantam. Auf der Insel Sodor gibt es viele wichtige Orte. Es gibt den Bahnhof von Napfurt, in dem geschäftiges Treiben herrscht. Den Lockschuppen in Tidmouth, der zum Ausruhen und Schlafen dient. Und dann gibt es den Hafen von Brantam. Dort gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Eines Morgens war Percy im Hafen von Brantam. Percy hatte einen Sonderauftrag. Er sollte die neuen Tische und Stühle für das Haus der Witwe Hatt abholen. Aber das Schiff verspätete sich. Percy musste warten. Ich mag es nicht zu warten, Cranky. Wirklich nützliche Locks dampfen und schnaufen. Cranky knarrte. Wirklich nützliche Locks müssen lernen zu warten. Dann rollte Sordy zu ihnen herüber. Es wird Nebel aufziehen, meine Jungs. Ich fühle es deutlich in meinen Kolben. Also haltet lieber Ausschau nach dem Monster von Brantam. Percys Dampfkessel brodelte. Salty, bitte erzähl uns doch die Geschichte vom Monster von Brantam. Salty schmunzelte. Ich werde sie euch schnell erzählen, bevor ich dann in die Dieselwerkstatt fahre. Vor langer Zeit, da zog dichter Nebel vom Meer auf. Die Locks konnten nicht weiter gucken als bis zu ihren Puffern. Und dann geschah es. Eine alte Lock sah im Nebel eine Gestalt. Sie war so groß wie ein hoher Turm. Sie drehte sich ständig hin und her. Sie knarrte und sie knarzte. Perseys Augen weiteten sich vor Staunen. Was war's denn? Tja, man erzählt sich, es war das Monster von Brantam. Aber es taucht nur auf, wenn dichter Nebel aufzieht. Jetzt muss ich aber los. Und damit ratete Salty Richtung Dieselwerkstatt davon. Percy war aufgeregt. Glaubst du, wir kriegen heute das Monster von Brantam zu sehen, Cranky? Cranky knarrte. Hör zu, es gibt gar kein Monster von Brantam. Salty redet Blödsinn. Das ärgerte Percy. Salty redet keinen Blödsinn. Ich bin sicher, es gibt das Monster von Brantam. Und jetzt zieht Nebel auf. Ich werde es bestimmt finden. Und damit dampfte Percy stolz davon. Es war neblig. Percy fuhr ganz vorsichtig. Er konnte Edward erkennen. Edward musste Kohlen ausliefern. Edward, möchtest du mit mir kommen und das Monster von Brantam aufspüren? Salty sagt, das Monster ist so groß wie ein hoher Turm. Es dreht sich ständig hin und her. Es knarrt und es knarzt. Da platzt einem doch der Kessel. Das klingt gruselig. Plötzlich erschraken die Luchs. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Da ist es. Es ist so groß wie ein hoher Turm. Und wirklich gruselig. Edward ließ panisch seine Kolben pumpen und sauste wie der Blitz vorwärts. Direkt gegen Rocky. Rocky war verblüfft. Er ließ zwei Ölfässer auf Edwards Kohlensäcke fallen. Kohlenstaub wirbelte auf und flog überall hin. Edward, was machst du denn da? Tut mir wirklich leid, Rocky. Wir dachten, du wärst das Monster von Brantam. Weil du so groß bist wie ein hoher Turm. Keine Sorge, Edward. Ich werde Hilfe holen. Und damit dampfte Percy davon. Percy rollte an einen Bahnübergang. Dort wartete Toby. Hallo Percy. Ich mag diesen Nebel gar nicht. Ich schon. Ich suche nämlich das Monster von Brantam. Solty sagt, das Monster ist so groß wie ein hoher Turm. Es dreht sich ständig hin und her. Es knarrt und es knarzt. Bei meinen Puffern. Das klingt gruselig. Dann sah Percy etwas. Ach, du dampfender Dampfkessel. Da ist es. Es dreht sich ständig hin und her. Das ist das Monster. Oh je. Oh Schreck. Ich bin weg. Toby läutete laut und lange seine Glocke. Plötzlich knallte ein Magnet gegen Tobys Rohre. Klirrend und scheppernd landeten die meisten Rohre auf den Schienen. Tobi, hast du mich erschreckt? Was machst du denn? Butch, tut mir wirklich sehr leid. Wir dachten, du wärst das Monster von Brantam. Weil du dich ständig hin und her drehst. Keine Sorge, Butch. Ich werde Hilfe holen. Und damit dampfte Percy davon. Henry stand am Wasserspeicher. Percy hielt neben ihm an. Henry, hast du das Monster von Brantam gesehen? Henry war überrascht. Du dampfender Dampfkessel. Ein Monster? Wie sieht es denn aus? Es ist so groß wie ein hoher Turm. Es dreht sich ständig hin und her. Es knarrt und es knarzt. Da hinten ist es. Es knarrt und es knarzt. Das ist das Monster von Brantam. Und damit sauste Henry davon wie der Wind. Percy dampfte langsam vorwärts. Hallo? Mr. Monster? Sind Sie das? Plötzlich verstummten das Knarren und das Knarzen. Wer nennt mich hier ein Monster? Percy blickte angestrengt in den Nebel. Knarrend und knarzend ratete etwas auf ihn zu. Es war Diesel. Percy staunte nicht schlecht. Diesel, ich dachte, du wärst vielleicht das Monster von Brantam. Dabei müssen wohl nur deine Achsen mal wieder geölt werden. Diesel stotterte. Fahr mir aus dem Weg, du dämliche Dampflok. Percy wackelte und zischte. Dann saß der Schnurstracks zurück in den Hafen von Brantam. Percy blickte hoch zu Cranky. Hast du es nun gefunden? Das Monster von Brantam? Nein, hab ich nicht. Cranky knarrte. Ich sagte doch, so etwas gibt es nicht. Du hattest recht, Cranky. Ich hab kein Monster gefunden. Wegen mir ist Edward voll gegen Rocky geknallt, Butch gegen Tobis Rohre gekommen, Henry erschreckt weggerast und Diesel echt sowas von sauer. Ich bin eine selten dämliche Dampflok. Und dann erschrak Percy. Ich war so damit beschäftigt, das Monster zu finden, dass ich völlig vergessen habe, meinen Freunden zu helfen. Zuerst dampfte Percy zu Rocky und Edward. Ich soll die Kohlensäcke nach Brantam bringen, aber ich will ihm nicht begegnen, dem Monster. Keine Sorge, Edward. Es gibt gar kein Monster. Folge mir! Dann fand er Tobi. Ich muss diese Rohre in den Hafen von Brantam bringen, aber ich will diesem Monster wirklich nicht begegnen. Keine Sorge, Tobi. Es gibt gar kein Monster. Folge mir! Percy, Edward und Tobi dampften in den Hafen. Dort stand Henry. Henrys Räder ruckelten und wackelten vor lauter Angst. Da ist es! Es ist so groß wie ein hoher Turm. Es dreht sich ständig hin und her. Es knarrt und es knarzt. Das Monster von Brantam! Und dann fing das Monster aus dem Nebel heraus an, zu sprechen. Wo bist du denn nur gewesen, du dämliche Dampflok? Die Tische und Stühle warten auf dich. Cranky! In diesem Moment kam Salty angerattet. Ganz recht, meine Jungs. Cranky ist unser ganz persönliches Monster von Brantam. Alle mussten lachen. Nur Cranky nicht. Der knarrte. Der sprechende Schneemann. Auf der Insel Sodor war es Winter geworden. Weite Teile der Insel waren tief verschneit. Eines Morgens rangierten Thomas und Charlie Waggons. Ein Schubs, ein Spruch, aber nie geht etwas zu Bruch. Das sagen Besch, Desch und Ferdinand immer. Das ist witzig, Thomas. Ein Schubs, ein Spruch. Und es geht immer etwas zu Bruch. Thomas und Charlie lachten und kicherten. Die Waggons grummelten und brummelten. Schnee macht Spaß, Thomas. Ich mag Schnee. Ich mag Schnee auch, aber was ich nicht mag, ist einen Schneepflug zu tragen. Der dicke Kontrolleur hat gesagt, ich soll losdampfen und ihn montieren lassen. Ich erzähle dir einen Witz, Thomas. Das wird dich fröhlicher machen. Thomas mochte Charlies Witze. Ja, bitte, Charlie. Was essen Schneemänner? Wohl gern zum Frühstück. Ich habe keine Ahnung. Schneeflocken. Das ist witzig. Thomas dampfte lachend davon. Henry eierte Gordons Berger runter. Er dampfte sehr langsam. Henry war nicht glücklich. Hallo, Henry. Was ist denn mit dir los? Henry seufzte schwer. Es ist der Schnee. Ich mag nämlich keinen Schnee. Ich rutsche. Ich schlittere. Ich gleite aus. Schnee lässt mich auf den Schienen eiern. Schnee macht Spaß, Henry. Nein, Schnee macht keinen Spaß. Ich muss viele Kohlewaggons nach Brandon bringen. Wenn ich einen langen, schweren Zug ziehen würde, würde ich Gefahr laufen zu entgleisen. Also ziehe ich nur ein paar Waggons auf einmal. Das dauert bestimmt den ganzen Tag. Charlie lächelte. Oh, ich erzähl dir meinen Witz, Henry. Dann lachst du den ganzen Weg über. Nein, danke schön, Charlie. Ich habe jede Menge zu tun. Charlie sah Henry davondampfen. Henry sah besorgt aus. Er eierte über die Schienen. Da flog Charlie eine Idee in den Schornstein. Ich zeige dir, dass Schnee Spaß macht. Charlie klackerte und klapperte die Strecke entlang. Ich weiß, wo an Henrys Strecke nach Brandon ein großer Schneemann steht. Oh, ich dampf schnell hin, dann bin ich vor Henry da. Charlie dampfte auf ein Nebengleis. Dort hatte jemand einen großen Schneemann gebaut. Ich werde mich hier verstecken. Henry wird mich ganz bestimmt nicht sehen. Dann hörte Charlie das langsame Klackern und Klappern von Henrys Rädern auf den Schienen. Charlie freute sich. Henry näherte sich dem Schneemann. Ho, ho, ho. Hallo, Henry. Henry, soll ich dir einen Witz erzählen? Henry blieb schlagartig stehen. Henry war verwirrt. Wer hat das gesagt? Henry sah sich um. Er konnte keine andere Lok entdecken. Das Einzige, was er sah, war der Schneemann. Ho, ho, ho. Ich war das. Welche Sorte von Ball springt überhaupt nicht? Henry stotterte. Henry stammelte. Er hatte noch nie einen sprechenden Schneemann getroffen. Ich weiß nicht. Ein Schneeball. Der Schneemann lachte. Henry zitterte. Oh je. Oh weh. Ein lachender Schneemann. Und rasch stampfte Henry davon. Charlie wunderte sich. Vielleicht fand Henry den Witz einfach nur nicht witzig. Ich warte, bis er zurückkommt, um mehr Kohlewaggons zu holen. Ich kenne noch einen Witz. Ich bin sicher, dass Henry den witzig finden wird. Charlie wartete. Henry schnaufte langsam um die Kurve. Charlie lächelte. Henry sah zum Schneemann. Henry wirkte besorgt. Hallo, Henry. Ich habe noch einen Witz für dich. Henry schnappte nach Luft und schluckte. Er sah sich um. Es war immer noch keine andere Lok da. Was essen Schneemänner zu Mittag? Henry stotterte. Henry stammelte. Ich weiß es wirklich nicht. Eisburger. Der Schneemann lachte. Henry schlotterte. Oh je, oh weh, das ist wirklich seltsam. Henry dampfte rasch davon. Charlie seufzte. Ich war sicher, dass Henry meinen sprechenden Schneemann witzig findet. Oh, ich weiß noch einen Witz. Wenn Henry zurückkommt, dann wird er den ganz bestimmt witzig finden. Später dampfte Henry mit weiteren Kohlewaggons heran. Er betrachtete besorgt den Schneemann. Charlie wartete schon darauf, seinen besten Witz zu erzählen. Hallo, Henry. Wie begrüßen sich Schneemänner? Henry stotterte. Henry stammelte. Schnee, dich zu sehen. Charlie gackerte und kicherte. Henry schlotterte und zitterte. Oh je, oh weh, ein gackernder, kichernder Schneemann. Das wird ja wirklich immer seltsamer. Und rasch dampfte Henry rückwärts davon. Charlie rollte aus seinem Versteck. Halt, Henry! Halt! Ich bin's, Charlie! Ich wollte dich doch nur mal zum Lachen bringen im Schnee. Aber Henry war schon auf und davon. Charlie suchte überall nach Henry. Schließlich dampfte er zum Lockschuppen in Tidmouth. Hallo, Thomas. Hast du Henry gesehen? Thomas war besorgt. Er ist da drin. Aber er will nicht rauskommen. Henry! Ich bin's, Charlie! Ich war der sprechende Schneemann! Von Henry war kein Pieps und kein Mucks zu hören. Tut mir echt leid, Henry. Ich dachte, du findest Schneemänner, die Witze reißen, witzig. Aber ich hab dir nur Angst eingejagt und dich beim Ausliefern der Kohle gestört. Ich wollte dich zum Lachen bringen. Dir zeigen, dass Schnee Spaß macht. Ich finde nicht, dass Schnee Spaß macht. Er zischt in meiner Feuerbüchse und fliegt mir in die Pfeife. Ich finde auch nicht, dass Schnee Spaß macht. Ich muss bei Schnee vorsichtig dampfen und komme manchmal zu spät. Charlie hörte zu. Charlie dachte nach. Henry, ich will dir nicht mehr zeigen, dass Schnee Spaß macht. Aber ich würde dir gern helfen. Kann ich deine Schiebelok sein, Henry? Dann können wir deine Kohle noch rechtzeitig ausliefern. Ich werde auch ganz vorsichtig mit dir dampfen. Henry hupte. Sein Lokführer öffnete Henrys Tore. Dankeschön, Charlie. Das würde mich freuen. Henry und Charlie dampften vorsichtig über die Gleise. Sie schnauften an Kindern vorbei, die im Schnee spielten. Henry schmunzelte über ihre Spiele. Sie dampften an Vögeln vorbei, die fröhlich im Schnee zwitscherten. Henry lächelte über ihr Gezwitscher. Dann schnauften sie an einem Baum vorbei, der mit bunten Lichtern geschmückt war. Henry schnappte vor Begeisterung nach Luft. Schließlich war die Kohle ausgeliefert. Dankeschön, Henry. Du hast mir gezeigt, wie man vorsichtig dampft und trotzdem viel Spaß im Schnee hat. Dann kamen sie zum Schneemann. Henry hielt an und Charlie tat das auch. Charlie? Ja, Henry? Ich würde jetzt gern einen Witz hören. Charlie strahlte bis über beide Puffer. Oh, aber na klar, Henry. Womit reisen Schneemänner am liebsten? Ich weiß es nicht, Charlie. Mit der Eisbahn. Die beiden Loks gackerten und kicherten im Schnee. Und Henry war sich fast sicher, allerdings nur fast, dass er den Schneemann auch hatte kichern hören. Bitte lächeln. Auf der Insel Sodor sind alle Loks sehr stolz auf ihre Eisenbahn. Sie wollen allen zeigen, wie gut sie dampfen, wie hart sie arbeiten und wie fröhlich sie schnaufen. Eines Morgens waren die Loks im Lockschuppen in Tidmouth. Ihre Dampfkessel brodelten. Sie freuten sich auf die Arbeit. Da kam der dicke Kontrolleur angefahren. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Der dicke Kontrolleur hielt ein großes Buch in der Hand. Ich habe etwas, was ich euch zeigen möchte. Es ist ein Buch und heißt Große Eisenbahnen. Es enthält eine Menge schöner Fotografien von wirklich nützlichen Loks, die auf dem Festland dampfen. Die Loks pfiffen voller Bewunderung. Heute haben wir die Ehre, dass ein Fotograf nach Sodor kommt. Er wird von euch allen Fotografien machen. Die Fotos werden dann in Sodor's eigenes, große Eisenbahnbuch kommen. Ihr habt jetzt alle Arbeit zu erledigen. Dampft stolz und schnauft so hart ihr könnt. Und keine Verspätungen. Der Fotograf reist zur T-Zeit wieder ab. Die Loks waren sehr aufgeregt. Ich hoffe, der Fotograf macht ein paar Fotos von mir, während ich die Post ausliefere. Ich werde fotografiert werden, weil ich einfach die Lok mit dem strahlendsten Rot auf der Insel bin. Und ich werde oft fotografiert, weil ich die Tender-Lok Nummer 1 auf der Insel bin. Nein, Thomas. Ich bin die Lok, die am häufigsten fotografiert wird, denn ich bin nun mal Gordon. Ich bin stark, schnell und klug und ziehe den Schnellzug. Und damit dampfte Gordon großspurig davon. Thomas ärgerte sich. Gordon wird nicht öfter fotografiert werden als ich. Dafür werde ich schon sorgen. Aber zuerst muss ich mal meinen Auftrag bei Bauer Trotters Bauernhof erledigen. Und rasch stampfte Thomas davon. Er klackerte und klapperte die Strecke entlang. Die Schweine von Bauer Trotter grunzten und schnüffelten. Plötzlich entdeckte Thomas Percy und den Fotografen. Thomas Feuerbüchse zischte. Der Fotograf ist dabei, ein Foto von Percy zu machen. Wenn ich mich beeile, dann komme ich mit auf Persys Foto. Thomas ließ seine Kolben pumpen und raste zu Percy und überholte ihn in dem Moment, in dem das Blitzlicht blitzte. Tschüss, Percy! Percy! Blitz, Peng, fertig! Percy war so überrascht, dass er auf ein Nebengleis schlingerte und direkt in einen Kohlenhaufen knallte. Da platzt einem doch der Kessel! Aber Thomas bekam davon nichts mit. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, stolz auf sich zu sein. Thomas dampfte durch den Bahnhof von Marin und in Richtung Bauer Trotters Bauernhof. Gordon donnerte mit dem Schnellzug vorbei. Thomas lächelte. Ich bin sicher, Gordon ist noch nicht fotografiert worden. Ich muss den Fotografen gleich nochmal finden. Etwas später entdeckte Thomas den Fotografen. Er war gerade dabei, ein Foto von James zu machen. Wenn ich rase und sause, dann komme ich noch mit auf James' Foto. Thomas' Räder surrten. Er raste los zu James und erreichte ihn in dem Moment, in dem das Blitzlicht blitzte. Tschüss, James! Blitz, Peng, fertig! James war so überrascht, dass er gegen einen Prellbock knallte und seine Räder aus den Schienen sprangen. Oh, Schotter und Schienenräumer! Aber Thomas bekam davon nichts mit. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, stolz auf sich zu sein. Thomas traf mit den Schweinen beim Hof von Bauer Trotter ein. Gordon rauschte an ihm vorbei. Ich bin schon auf zwei prachtvollen Fotografien gewesen. Thomas' Dampfkessel brodelte. Ich muss den Fotografen nochmal finden. Wenn ich mich beeile, bin ich am Ende auf mehr Fotos als Gordon. Also dampfte Thomas zurück Richtung Lockschuppen in Tidmouth und suchte den Fotografen. Dann entdeckte er ihn. Der Fotograf war gerade dabei, ein Foto von Henry zu machen. Henry sollte unter einer Brücke durchfahren. Wenn ich rase und sausen, dann komme ich noch mit auf Henrys Foto. Thomas dampfte rasch auf die Brücke zu und näherte sich Henry rasend schnell. Thomas pfiff laut und lange. Da platzt einem doch der Kessel. Thomas, nicht so schnell. Der Fotograf war so überrascht, dass er seine Kamera fallen ließ. Oh nein, meine Kamera ist kaputt. Die Fotografien sind ruiniert. Thomas erschrak. Zunder und Asche. Dann stieg der dicke Kontrolleur aus Henrys Führerhaus. Thomas, was treibst du denn nur? Ich hörte, dass Perseys Postwaggons entgleist sind. James ist mit seinem Flachwagen voller Blumen gegen einen Prellbock geknallt. Und jetzt, Thomas ist die Kamera kaputt. Tut mir wirklich leid, Sir. Ich wollte unbedingt auf allen Fotos sein. Und jetzt ist keiner von uns auf einem Foto. Und es ist alles meine Schuld. Ich hab noch eine andere Kamera. Aber die ist im Hafen. Es bleibt wohl keine Zeit mehr, sie zu holen. Thomas Schornstein zischte. Doch, das schaff ich, Sir. Ich sause hin wie der Wind, um Ihnen Ihre Kamera rechtzeitig zu bringen. Thomas holte die Kamera ab und ließ seine Kolben pumpen. Auf dem Rückweg zum Fotografen sah Thomas Percy. Tut mir wirklich leid, Percy. Ich bin schuld, dass das passiert ist. Ich muss nur schnell die Kamera zum Fotografen bringen. Danach komme ich zurück und werde dir helfen. Dann entdeckte Thomas James. James war sauer. Tut mir wirklich leid, James. Wegen mir bist du gegen den Prellbock geknallt. Ich muss nur schnell die Kamera zum Fotografen bringen. Danach komme ich zurück und werde dir helfen. Der Fotograf freute sich, seine Kamera zu bekommen. Bitte sehr, Sir. Dankeschön, Thomas. Jetzt muss ich meinen Freunden Percy und James helfen. Thomas ließ seine Kolben pumpen. Dann sah Thomas Edward und Rocky. Edward schob Rocky gerade zum Hafen von Brentham. Rocky, ich brauche deine Hilfe. Bitte, Edward, darf ich mir Rocky ausleihen, um Percy und James zu helfen? Natürlich. Ich helfe immer gern, Thomas. Also wurde Rocky an Thomas angekuppelt. Und dann machten sie sich auf den Weg, um James zu helfen. Danke, Thomas. Danke, Rocky. Danach kümmerten sich Thomas und Rocky um Thomas' besten Freund Percy. Danke, Thomas. Danke, Rocky. Schließlich dampfte Thomas in den Lockschuppen von Tidmouth. Es war spät geworden. Er war müde. Der Fotograf ist schon wieder abgereist, Thomas. Ich bin sicher, dass ich auf wesentlich mehr Fotos bin als du, Thomas. Thomas lächelte. Das bist du bestimmt, Gordon. Ich musste meinen Freunden helfen. Und das war mir wichtiger, als auf irgendwelchen Fotos zu sein. Ein paar Tage später bestellte der dicke Kontrolleur seine Loks in den Bahnhof von Napfert. Der Fotograf war auch da. Er hielt ein großes Buch in der Hand. Das hier ist das Buch über Ihre Eisenbahn, Sir. Sodor und seine große Eisenbahn. Ich danke Ihnen. Ich glaube, es ist ein Buch über wirklich nützliche Lokomotiven. Thomas staunte. Oh, dampfender Dampfkessel. Auf dem Umschlag des Buches war ein Bild von Thomas und Rocky, wie sie Percy helfen. Thomas lächelte Percy an. Du und ich, Percy. Das ist mit Abstand das beste Foto von allen.